Digga, was geht denn hier ab mit der Wortwahlert? Komm, sind es jetzt Kollegen hier, da hörst du einen Huren so nach dem anderen. Eigentlich ist es nur einer da. Aber es reicht schon. Ja, anscheinend reicht einer. Ja, ja, ist echt noch viel zu tun, Mann. Hm, Digga, noch mehr am Rand gegen ihn. Ging nicht, Alter. Ich perfekt. Ja, ja, jetzt bin ich wieder schuld. Geh, halt die Fresse, Alter. Wie jeder mir die Schuld gibt dafür, dass er ein Mistgebot geworden ist. Kann ich doch nicht dafür. Ich kann gleich den Kusen bocken. Ja. Oh, der Piezer, Alter. Oh, der hat den gerettet. Ja, nicht schlecht. Warte, warte, lass ich die Waves. Irgendwie dachte ich, der jumped auf mich. Oh Gott, Minions. Der ist tot. Nein, der ist nicht tot. Alter, halt's Maul. Digga. Wie Glück kann man haben. Krank. Okay. Kein Mahler. Na. Na. Oh Gott. Nein, nein, das ist nicht tot. Nein, nein, das ist nicht tot. Oh Gott, nein. Diese Anhuhr. Dieser Anhuhr, der rettet den die ganze Zeit wieder. Der Anhuhr spielt besseres Support als Kusenbo. Was ist das? Echt so? Ist das Anhuhr-Support, oder was? ausbildung war die begrüßung das klingt nicht nach mir ich weiß nicht klingt nicht so als würde ich sowas benutzen okay lass oracles äh mein leben und schuldiger was deutscher jungfräulicher mann halt deine feste des spaß kommt der wir mit ausländer machen deutsche fertig digga jetzt muss man langsam jemand sterben ich habe ich habe noch nicht für meine combo schade noch 20 mal okay kann man nichts mehr machen ich bin sowas von weg hugo was labo seit Was ist das? was hat er die hälfte leben abgesagt ich gehe mal auf den anruf ich glaube es ja nicht, oh nice danke können wir ihn auch gleich ficken? neiiiiiiiit wo kommt der her, dinko? war aber nice ich darf absolut gar nicht zu gut, das liegt an dir sag ich jetzt einfach mal das kann ich gar nicht glauben, dass One Piece zu Ende sein wird bald echt? Sven meint nach dem aktuellen AUK, ist One Piece zu Ende oh endlich, Digga ich weiß nicht ob es mir geben werde vielleicht werde ich durchskippen ich will einfach nur Ding bisschen was am Schluss passiert, der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht Raffi wird zu OTA und schreibt One Piece nochmal neu was du bist alleine ab, es geht mir eigentlich tot die haben so viel Glück Digga, die haben grad so viel Glück dieses Game, das ist unglaublich das ist du bist ich Was ist das? Ja, vor allem Sascha nach dem Arc. Wer weiß, wie lange das noch geht. Corona. Corona. Der will dich ganken. Da. Oh, Bruder. Bruder. Bruder, Ehre, dass du da warst. Du wolltest schon wieder Suizid begehen mit dem Rein-Dashen, Digga. Ich hab's schon gesehen. Obwohl, ich bin aber nur gedashed, weil er Gold ist. Sonst würde ich niemals alles die Rein-Dashen. Achso, weil du auf ihn gedashed bist. Ja, ich bin einfach gedashed als der Gute. Ach was, Digga. One Piece soll einfach enden, Alter. Irgendwann kriegt Nami noch Rückenschmerz. Digga, wenn die nicht schon Bandscheibenvorfall hat, ey. Digger, ich will nein. Nach Dressrosa aber, One Piece scheiße. wegen namen ihren titten konnte ich gar nicht mehr sehen waren ganz weit im weg es gibt es geht es geht es geht es geht Keine Ahnung, wo die sind. Ja. Ich hab den auf Viertel runtergeballert. Ja, bleib da, bleib da. Mhm. Ah, der ist back. Der ist im Tower und back. Kannst du so irgendwie verhindern? Nein, 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 der ist schon back. Ist nicht da. Schade. Kannst du 3 machen? Nein. Okay. Es ist nicht einfach, dass es grün ist. Ich denke, es ist nicht einfach, dass es grün ist. Das Gegenteil wurde geschlossert. Stabil. Okay. Was heißt gewinnt oder zerstört ja die Solule? Stabil. Ja, die davor bei uns wurden alle zerstört. Ja, ja. Hast du es bekommen, Shermi? Sie wissen, was will man sagen. Dann können wir gemäß dich noch sagen. Ist nicht alle zerstört. Jetzt müssen wir halt nicht genug ihr happen. Verrückt? Kompl頭! Pachen Sie mal da, ich zu dir nicht auf sage. Ich bin auch da, mein Shell ist aber down. Der ist bei Hälfte Leben. Warte, warte, ich fahre mir an. Ah, der Fies, wir können Tower nehmen. Ja. Na, schade. Ich hab. Ne. Da kommt irgendjemand, glaub ich. Ne, ne, der wird. Okay. Ja. Nein. Goldfury? Ja. 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 jetzt ich bin support hugo sagt einfach lass mich man beantwortet ihm die frage der klasse ja hallo nuva hallo naja ich nehm mir tau ja ja susana komm hat er nicht zwei leute von uns gekillt hat er doch fände gekillt ja okay finry war schon low hey warte da hat finry gekillt ja ja jo haus rein hau rein sven gute nacht ist so nicht wie dieser hugo oder wie der heißt ja 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 naja ja ja Alright. Danke für deine 70-bit Zukunft. Passt auf, ich geh mal nicht tauern, du bist mein Kleine, da gibt es deine Bitfaust. Wasp. 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 Oh Gott, wasp. 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 Ja, ich hab's kurz vergessen, was rastisch hier. Wasp. 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 Ich hab's noch die Waffe. Ja. Wasp. Wasp. Fire Giant kommt? Wtf Ah f*** jetzt was Egal Warte bleibt kurz draußen Es sind drei Pools Okay Ah ist doch alles gut Hugo Ich habe ja nur gefragt der Hund Mach zwei jetzt Goldmord hier Ein bisschen Damage reinballern Mach zwei jetzt Goldmord hier ja wir haben wir haben hier wasser naja ulti Okay. Mhm. Dude, now he goes. Oop. Ich brauche Hilfe. Ich nehme mit, Phoenix. Ja. Ja, können wir enden. Loll. Bewegt dich halt erst dann, du. GG. GG. Gutes Team, Alter. Ja, okay. Pass den Huren. Ich sag gerade, gutes Team und dann kommt Nuva mit Nur Welcome, Alter. Brennen in Hölle. Ja. Mir fällt auf jeden Fall auf, wenn Hugo spendet, ist er immer dicht. Ja, Mann. Dann gönnt er uns. Ja, Mann. Fickt euch, Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.